Dieser Kommandant hat gegen den Pakt gekämpft. Hätten wir seine Truppen nicht angegriffen, lege jetzt Tod Lardort im Staub. Er sollte nicht wegen uns sein Leben verlieren. Wir scheinen die gleichen Feinde zu haben. Empfange das Blut des Drachengeschöpft, Zarachs. Erhebe dich und lebe. Ich bin Kor, Schäften der Schwarzfänge vom Eisensturm-Clan. Was habt ihr mit mir gemacht? Ihr habt das Blut der Shai Khan empfangen. Seine Kraft spendet euch Leben. Wie es scheint, haben wir einen gemeinsamen Feind. So scheint es. Wir Clans verabscheuen das Spiel der Norkane mit den Schatten. Nun ist es besiedelt. Wir Clans werden den Pakt bekämpfen. Wir streiten auf verschiedenen Seiten für das gleiche Ziel. Kehrt zu den Clans zurück und berichtet. Ich schenke euch die Freiheit. So bin ich zweifach besiegt. In Schande kehre ich heim. Aber die Kunde muss zum Eisenfürst gelangen. Lebt wohl, Mensch!